So, einen schönen guten Morgen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XCB heute am Donnerstag, den 3. August 2023. Und gemeinsam wollen wir natürlich einen kurzen Blick auf die Märkte uns gönnen. Nach dem gestrigen, ja, Überraschungs-, nein, vorgestern war schon, nachbörslich, das Downgrading, das überraschende Downgrading der Ratingagentur Fitch, der US Bonität, hat initial, ja, Abgabedruck nach sich gezogen. Ich war in Bezug auf den DAX ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, bin jetzt immer noch, ob das wirklich so der Hauptgrund für die Bearishness war. Aber sei es drum, wir haben zwar das Szenario zu sehen bekommen, welches ich gestern früh hier an dieser Stelle noch skizziert hatte und gesagt hatte, seid vorsichtig. Schon, dass dieses Gefällt ist, technisch ist das eher ein Grund, so ein bisschen zurückhaltend zu sein im Hinblick auf die Short-Seite. Eventuell stehen wir vor einem relativ scharfen Bounce, da gab es ja einen durchaus Bounce, der hat sich auch deutlich herauskristallisiert, aber dann kam die Wall Street, dann kam die US-Märkte und dann kam ein Break tiefer unter die Tiefs von letzter Woche Donnerstag, die dort ausgebildet worden sind. Und unser Schlüssellevel war, Stichwort Inside Days, die wir zu sehen bekommen haben, beziehungsweise der Outside Day letzte Woche am Donnerstag und der Bruch tiefer und vor allem das saubere Halten unterhalb. Das ist kein, war kein und ist auch kein gutes Signal und wir sehen jetzt schon bereits mit den europäischen Initiativen zu dieser Zeit, also gerade eben läuft die europäische Markteröffnung durch, sehen wir, dass da eher nochmal Abgabedruck aufkommt. Gut, Szenario ist relativ ähnlich zu gestern ehrlich gesagt, mal gucken, wenn es nur ein kurzer Washout, Flushout ist und dann werden wir wieder zurückgekauft, dann ist es das auf der Unterseite gewesen, aber ich glaube, besonders ausgehend von der Price Action, besonders im Hinblick auf den Nasdaq gilt es sehr, sehr, sehr vorsichtig zu sein jetzt und ich glaube, dass wir da kurzfristig ganz klar die Bären auf der Vorteilseite haben und weitere Abschläge erwarten sollten. Dazu dann gleich einiges mehr, ich habe da diesbezüglich auch einen Trade am Laufenden aktuell, wenn ich im übertragenen Sinne jetzt hier vortrage, was da meine Gedanken sind, aber dazu in wenigen Sekunden mehr. Zunächst einmal der Blick auf den Risikohinweis und dann schauen wir offiziell auf die Märkte. Also, Divisions-DFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko hinher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com.de, kostenlos eine Demo herunter, teste den Handel risikofrei, schaue, ob der Handel mit diesem Produkt, mit dem persönlichen Risikoprofil korrespondiert. Sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit natürlich ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich alle Informationen auf der Webseite xdb.com.de, darüber hinausgehend gerne auch den Kundensupport, den deutschsprachigen in deutschen Büros hier ansässig anrufen, kontaktieren, Fragen stellen, wenn ihr diese haben solltet. Und die stehen euch dort gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Dann aus persönlicher Perspektive oder beziehungsweise aus persönlichen Gegebenheiten, was ich hier jetzt gleich präsentiere, bitte nicht als Anlageempfehlung missverstehen. Das ist es nicht. Was ich mache, ist, ich teile euch meine Gedanken mit, meine Gedanken rund um die Märkte, meine Gameplans, vielleicht auch Trades, die ich aktuell aufgesetzt habe, mit welchen Ideen ich die aufgesetzt habe. Aber es ist rein informativ, es ist rein edukativ, es ist keine Anlageempfehlung, bitte versteht das, was ich euch hier in den folgenden Minuten hier diesbezüglich präsentiere, nicht als solche miss. Bester CFD Brokersers 2023, Brokerwahl hat gewählt und xdb hat gewonnen. Die Gründe, die dazu geführt haben, findet ihr hier in der Mitte aufgelistet. Wenn ihr xdb unterstützen wollt, auch bei der Online-Brokerwahl 2023 vom Brokervergleich den ersten Platz abzuräumen, dann einmal hier den QR-Code scannen, beziehungsweise die URL einmal in euer Browserfenster eintippen und für xdb abstimmen. Ein Grund, der euch eventuell dazu veranlasst, für xdb zu stimmen, findet sich in der xStation, in die wir auch jetzt hier einen Blick werfen wollen. Und wir beginnen zunächst mit dem DAX. Das sieht alles andere als gut aus mittlerweile. Gestern, wie gesagt, sah es noch passabel aus, zu diesem Zeitpunkt, als wir hier entsprechend sprachen. Wir hatten diesen aggressiven Wash zu sehen bekommen, Flush zu sehen bekommen, schon am Montag sich abzeichnend und dann ab Dienstag sich so ein bisschen beschleunigend. Und dann testeten wir ziemlich genau, fast punktgenau hier, die Region um roundabout 16.000 und das waren 100 Punkte optimal da ungefähr. Diese Region infolge eben dieses Downgradings, dieses überraschende Downgrading der Ratingagentur Fitch, der US-Bonität. Wir hatten gestern schon diesbezüglich alle Details auf den Tisch gelegt. Wie gesagt, ich hatte gesagt, ich wäre ein bisschen vorsichtig in bezüglich der Auswirkungen auf den Markt insgesamt. In Bezug auf den DAX war dieser Rücksetzer vielleicht auch in gewisser Form ein bisschen erwartbar. Wir hatten ein bisschen einen Modus ahead of itself gelaufen, also ein bisschen vorweggelaufen, auf die EZB bereits antizipiert, dass die sich geldpolitisch eher abwarten präsentiert. Jetzt datenabhängig, genauso wie die EZB, das haben wir schon vor der EZB letzte Woche, nee, vor der FED am Mittwoch, das haben wir dann schon vor der EZB zu sehen bekommen. Letzte Woche Donnerstag, ziemlich genau vor einer Woche, stießen dann vor Ingefilde um Allzeithochs, markierten sogar am Montag leicht marginal neue Allzeithochs, haben höhere Hochs markieren können. Aber die wurden dann eben hier nicht mehr im RSI bestätigt. Und das war ein Indiz dafür, dass sich das bullische Momentum, so meiner Einschätzung jedenfalls, zunächst einmal abzuschwächen scheint. So, wir rollten dann also über, wir haben dann den Abgabedruck gesehen und stellten uns relativ überdehnt dar. Und jetzt wollen wir mal kurz einen Blick werfen auf die 5-Minuten-Ebene. Das war das Szenario, was ich gestern hier dann zum Thema machte, was vielleicht heute eine Rolle spielen könnte, obwohl ich jetzt ehrlich gesagt sagen muss, es wäre jetzt blöd, wenn es heute käme, weil ich ja schon bin im Nasdaq und ich gehe dann voraus, dass der Nasdaq ebenfalls sich eher konsolidieren zeigen würde. Deswegen würde ich mir noch heute wünschen, dass es nicht so käme. Aber wir hatten gestern hier diesen kurzen Momentum-Drive, so zur Eröffnung möchte ich mal sagen, und haben dann gesehen, nachdem wir ein bisschen Zeit benötigten, aber neue Tips haben markieren können, aber halten können dann nach kurzer Zeit und uns konsolidieren präsentieren, dass wir dann einen Bounce zu sehen bekommen haben. Infolgedessen ist hier zu einer Rückeroberung dieses Gleiten im Durchschnittskampf. Das ist der EMA 50 auf 5-Minuten-Basis, den ich sehr, sehr gerne als Vorteilsidentifikator nutze. Und jetzt ist es in dem Fall eben so, dass ich sage, wenn wir den zurückerobern, dann ist der Modus nicht mehr short und vielleicht ist sogar der Bias jetzt dahingehend so bärisch in Folge dieses Downgradings auch, welches eine Rolle gespielt hat und des übergeordneten bullischen Umfeldes, in dem wir uns immer noch offensichtlich befinden. Wir haben in den US-Märkten einen richtig starken Run zu sehen bekommen und konsolidieren über die Zeit jetzt und korrigieren im übertragenen Sinne diesen überdehnten Modus über die Zeit, was in meiner Einschätzung nach sehr, sehr stark bullisches Signal ist, dass das vielleicht dann nochmal so eine Squeeze-Bewegung auf der Oberseite auf den Weg bringen könnte. Und es sah erstmal ganz gut aus. Also wir sind relativ steil schon fast gegangen. Wir sind hier zeitweise über 16.200 Punkte im DAX zurückgelaufen, rollten dann aber über und haben verhältnismäßig schwach geschlossen. Rein von der Price-Action her ist das nicht wirklich vielversprechend oder interessant gewesen für mich in irgendeiner Weise. Es war aber auf jeden Fall etwas, wo ich sagte, das sieht jetzt nichts mehr so gut aus. Also trotz dieses überdehnten Modus könnte ich mir vorstellen, dass hier der Fall unter die 16 stattfindet, so wie wir ihn jetzt zu sehen bekommen haben. Und auch, dass wir weitere Abschläge sehen mit 1. Zielbereich 15.850, 15.900, diese grünfarben gestrichelte Linie hier an der Stelle, bei einem Bruch tiefer sogar weitere Abschläge denkbar werden. Wie gesagt, das Problem, Problem in Anführungsstrichen im DAX ist allerdings, die Struktur ist nicht wirklich sonderbar schön, attraktiv zum Handeln. Das sieht anders aus im NASDAQ und das habe ich gestern hier identifiziert. Wir wissen, dass wir ein Schlüssellevel hatten um 15.500 Punkte. Das war letzte Woche Donnerstag hier diese Kerze, die sich dort ausgebildet hatte, die wir dann ja überraschenderweise mit Stärke zurückgekauft hatten am Freitag und haben allerdings innerhalb dieser Kerze geschlossen. Wir sahen dann auch nochmal am Montag hier so ein bisschen und wir sahen, wir haben kontinuierlich eigentlich innerhalb dieser Donnerstagskerze gehandelt. Damit war das Handelsumfeld super unattraktiv. Ich hatte aber gestern schon gesagt gehabt, wenn wir unter dieses Tief fallen oder oberhalb rausbrechen, je nachdem, dann wäre das für mich von Interesse, weil das könnte dann der Beweggrund sein für eine stärkere, trendigere Bewegung. Das war gestern erstmal kein Thema, aber dann, als wir, und wir sehen den roten Körper und wir sehen das Unterschreiten hier, dieser Tief, diese blaufarbene Linie, da habe ich das gekennzeichnet, wir haben dann gesehen, dann kam dieser Break tiefer. Und der kristallisiert sich hier raus, also der übernimmt das jetzt aus den einzelnen Side-Ebenen, da kam der Break drunter und wir haben sauber drunter gehalten und da gab es jetzt zwei Möglichkeiten. Also ich habe zum einen hier einen Teil Short aufgebaut, in Erwartung eines Breaks unter diese Tiefs und dann war die Idee, erstmal der Trade, jetzt wollen wir sehen, dass der drunter hält und wenn wir drunter halten, dann habe ich einen Swing. Das war mein Plan, also von der Herangehensweise. Ich hatte jetzt hier nichts irgendwie aufgesetzt in Form einer Momentumposition oder dergleichen und habe den zweiten Teil mit dem Halten hier unterhalb genommen. Und Halten unterhalb bedeutet an der Stelle, man kann es ja hier sehen, das ist fast eine Stunde, die der Markt konsolidiert unterhalb dieser Niveaus und das niedrige Niveau respektiert. Man konnte das auch ganz sauber sehen, wenn man sich zum Beispiel den ETF auf den Nasdaq 100 anschaut, in den Queues. Man hat gesehen, wenn da Käufer reinkamen, dann waren die wirklich echt zurückhaltend. Da war nicht irgendwie jetzt aggressiv kaufen und einen Bounce auf den Weg bringen. Das ist ein Change in Character gewesen, ausgehend von der Price Action, die wir die letzten Wochen eigentlich zu sehen bekommen haben in US-Märkten. Das ist ein ganz klares Signal in Verbindung mit einem technisch soliden Breakout Tiefer. Wir sahen dann hier, erst mal initial hat die Position Momentum aufgenommen. Auch hier, es war kein Momentum Trade, das wäre aber ein Setup gewesen, wo man hätte sagen können, ich handel hier nur das Momentum auf der Unterseite. Was ich dann beobachtet habe, meine Position nahezu die ganze Zeit mit einem Break-Even-Stop abgesichert, weil du weißt, du weißt an der Stelle, ich will ja hier oben nicht mehr über die blaue Linie zurücklaufen. Das ist, oder das Konsolidierungshoch zurück, das ist knapp gewesen, aber nichtsdestotrotz, ich bin nie gestoppt worden, habe dann durch den Average-Preis, also hier den ersten Long, da den zweiten, ziemlich genau jetzt den Trade-Break-Even abgesichert und sage, wenn wir unterhalb halten und möglichst auch unterhalb schließen, dann ist denkbar, dass wir ein Follow-Through morgen zu sehen bekommen. Sieht jetzt erstmal danach aus, mal gucken, wie sich das weiter darstellt und dergleichen. Fakt ist auf jeden Fall einmal, diese Price-Action jetzt hier begünstigt meiner Einschätzung nach eine Korrektur, das hört sich jetzt alles sehr bärisch an, aber das spricht dafür, dass es eine Korrekturbewegung gibt, die uns mindestens mal in Richtung dieser Überbau- und Offenstrendlinie führt. Das ist so die Region, in diesem Fall hier, roundabout 15.200 Punkte, 15.150 Punkte ungefähr, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass diese erstmal angelaufen wird und dann schauen wir mal weiter. Also vielleicht gibt es den großen Knall und dann brechen wir die Trend-Line und so weiter, da bin ich aktuell noch nicht. Aber das, was wir jetzt hier zu sehen bekommen, für einen kurzfristigen Short-Trade ist ein sehr, sehr günstiges Umfeld und das gilt so lange, wie wir eben unterhalb dieser laufhabenden Linien, also das heißt, solange wir unterhalb dieser Tiefs handeln, von letzter Woche Donnerstag, ist der Modus kurzfristig ganz klar Short und jetzt haben wir einfach mal die Dinge, die da kommen, mögliche Katalysatoren heute einmal, da blicken wir hier in den Kalender, mögliche Katalysatoren heute oder auch morgen dann, wenn sich das über ein paar Tage erstreckt, solch eine Korrekturbewegung. Zum einen haben wir heute den ISM Non-Manufacturing, der veröffentlicht wird, besonders mit den Subkomponenten interessant, zum Preisindex und zum Employment hier. Morgen haben wir die Non-Farm-Payrolls um 14.30 Uhr, da werden wir nochmal separat morgen natürlich an dieser Stelle einen Blick drauf werfen und nicht zu unterschätzen, heute nachbörstlich haben nochmal zwei schwergewichte Zahlen, nämlich Amazon und Apple. Die sind nicht erwartet schlecht, aber ich würde mal sagen, es ist halt viel Positives, Optimistisches schon eingepreist und genau das könnte in einem jetzt sich etwas eintrübenden Marktenfeld nochmal einen zusätzlichen bärischen Katalysator eben auf der Unterseite auf den Weg bringen. Also, in Summe, wie gesagt, die Vorgaben für den Nasdaq, meiner Einschätzung nach nicht sonderlich vorteilhaft, spiegelt sich dahingehend wieder, dass ich eher die Short-Seite favorisiere. Haltet mir die Daumen, hoffentlich wird's was. Ich werde euch updaten morgen spätestens hier im Event im nächsten Happy Trading. Passt auf die Stops auf, habt euch wohl, bis dann und tschüss.